Hallo ich meine Freunde und herzlich willkommen hier einmal wieder zurück LS-17-Force-Projekt für die Bestrafung läuft weiterhin mit dem Werner. Oder für den Werner. Ja ist richtig. Aber ich nehme das mit Stolz und mach das Ding jetzt. Also sag mal so, ich lass den Kopf nicht gehen. Ich nehme diese Niederlage mit Stolz an. Natürlich. Ich hab' mal verbockt weißt du. Was denn? Naja, du merkst halt der Fortschritt ist halt nicht besonders schwer und bei 15 Metern, da macht der Pfötchen. Ja, macht der Pfötchen. Heute ist definitiv Kransteuerung zu sehen bei mir. Jetzt wird's auch noch Nacht hier, ne? Halb acht abends. Oh, nee doch.